treffen sich zweig ziehen fragt die eine da kommst du heute mit in die disco die habt keinen bock oh leute ihr seid ja auch schon da hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video habt ihr euch gehört ich lese heute ein paar wichse vor leute tada schon heute ein paar wichse vorlesen alle habt ihr schon gehört und ja ich werde jetzt in der runde ein paar wichse vorlesen auf jeden fall viel spaß mit dem video sie ist dann gleich in der runde ok gegen trinko wenig spiel leute aber kommt mir kann man mit modus spielen muss gleich leute heute mal nicht im battle bus starten ich werde auch die wichse bewerten hier leute das gleiche ist ich was doch im mittel bus gestos leute ok was waren kevins hartesten zehn jahre die grundschule leute das ist nicht gut krise zwei schafe in die wollen oder was das ammer nahe ich will sagen ich will antin taus ich nehme das video kann ja von der schule auf und ja ich muss jetzt gleich in die schule leute ich will jetzt sterben mit gegner tötet mich wie du soll maximal zehn minuten gehen was sind vier sie ist in einer ecke ein richter winkel der leute das wort müsste glaube ich maximieren gott sprach zu abraham es wird eine große dürre wartet mal leute schnell erst mal eine große dürre kommen abrede kleine dicke war was leute lassen wir kurz looten dann werde ich das vorlese leute erst mal die pump neben ok ok leute was und sprach zu abraham es wird eine große dürre kommen abrede kleine dicke wäre mir lieber verstehe ich jetzt nicht scheiß witz warum so geisterfahrer die freundlichsten menschen weil sie so entgegenkommen sind war der war gut leute der war okay und der gegner kriegt auf die schnauze also ich verfindet eine pappe ich kriege auf die schnauze entsteht beim gegner peach jammern ok leute was macht ein pirat am computer er drückt enter kann und die enter taste weil er ist ok leute ja doch es geht geht und hat das scheiße eigentlich der nächsten witz aber erst mal die nicht beim sitzen zwei wollten kratzer im keller bau der atombombe was ist falsch pudding hat kein was was leute ganz kurz ich werde gleich vorlesen was war ich hab mir jetpack geklaut nichts auf jeden fall sitzen zwei wollten kratzer im keller und bau der atombombe was über politik hat keine keine gerät weil leute schütten wirks nicht weil er schickt es einfach nicht lüte und was schießt du mich an du piechland oder es kann sein dass sie mit in der runde aufhören war ist egal ich muss ich stehe das video am montag auf vor der schule ich werde es nicht am montag hochladen steigen es ist jetzt also ich muss in fünf minuten los und ich habe mich noch nicht angezogen ok sitzt zwei wollten kratzer im keller und bau der atomen was ist falsch politik hat keine leute ich bin behindert ich weiß ich habe es komplett falsch vorgelesen aber egal kommt ja noch mal jetzt gefickt die zwei kühe auf der wiese da sagt die eine sagt die andere das wollte ich auch kann sagen ja war das schon gut geht geht egal wie sehr flaschen sind es gibt flaschen diese lehrer versteht die leute lehrer also die euch was beibringen aber es ist nicht spaß nicht spaß nicht egal lehrer jetzt gibt auch sehr gute lehre ich weiß dass die lehrer sieht es nicht böse geht ja ok aber gibt mal mir gibt mir trotz längst zwei lehrer sind nicht böse bei dieser gute lehrer bitte geben sie mir eins für dieses video ich weiß nicht einzige was ich dafür kriege ist ein klasseneintrag der schwarze oder das ist sowas glaube ich finde ich bin immer da ich bin ich hab's nie geschafft und schießt mich an leute ich bin ja bau modus stimmt und vergesse ok an das nächste wie denkbar eine gruppe von wölfen wolfgang das ist geil das was das lang versteht hier wolfgang ist ein name und die wolf geld ich verstehe schon ich verstehe schon wala ich hab dich geteilt dieses spiel spaß heute vorlängst besser geben oder was das lang ich sag ich finde die gegner ich mich selber ja egal wie ist freddie ist merkwürdig es ist mir egal wir gucken jetzt den spielern zu spüren scheiß egal ich würde jetzt weiter vorlesen alles acht minuten müssen kommen noch 30 schütze gefühlt der schwarze 3 war ich eh lang sowas egal wie klug da ist jordi ist ein däpfchen ich kenne jordi däpfchen und schön dass man bau trinkt was ist der lieblingskuchen vom internet junkies google hopf was sitzt im baum und weint eine heule was heute heulen also beide heulen ergibt ist gleich was weile egal wollen hier sechs werbung was soll das du kannst du nicht werbung dich ja du kannst bestimmt werbung die kann hier in meinem video kommen ja ich habe extra saut von händen ausgelassen wird diese werbung in meinem video kommt okay leute ich habe jetzt alle kinder essen nudeln nur die jutta die ist hundefutter was ist stehen die namen nein spaß nicht nichts gegen die jutta ist aber ja was das was das nichts für ein behinderte wix man spaß nichts gegen die wix herr ober zahlen bitte 6,45 113 1,24 234,21 was steht ok nächste wix was steht auf einem grabstand eines zahnarztes das letzte loch ist gefüllt war hat er ist gut leute versteht ihr weil noch von diesem friedhof dinge wo die menschen reinkommen lehrer sehen heute viele die nicht da sind war das stabil marschall ab oder wala wie oft du ihn betrügst morix bleibt treu wie denkt man eine eifung hülle apfeltasche wala das ist guter wix habe meine freundin den rollstuhl geklaut aber ratet mal wer gleich wieder angekrochen kommt schließlich meine mutter arbeitet bei kick als piepton und hat fünf minuten den text vergesstet oh mein gott das ist so das ist so schwarzer humor bruder das ist schon geht so weiter die leute lexer wix vorlexer wix ok warum benutze beabte keine tasche tücher weil tempo darauf steht drei freunde heißen karl außer günther der heißen bach ich habe gedacht ja ok leute jetzt allerdings da wix bis gleich aber ja kommt gleich das ja und ich habe eigentlich geht dieser wix ihr wisst ja ich war drogen ich konsumiere es jeden tag spaß leute nein tue ich nicht noch nie aber egal egal ihr wisst ja ist mein thema so bei rap und ach ich habe meinen schaufel ich möchte euch den gläckchen weg zu ziehen welche ist die härteste droge von allem das bahnfleisch einzug und du bist tot leute stabiler wix versteht ihr so wenn ihr einen joint oder eine droge nehmt einzug so raucht danach ihr seid ja nicht sofort tot aber macht es trotzdem nicht nach ja was für nach egal aber wenn ihr halt auf die bahnkleide geht ihr wird einmal vom zug überfragen ihr seid so egal egal leute ich hoffe ich euch diese dummen flachwixen gefallen schreibt mir gerne selber wixen hier in die kommentare damit ich die mal vorlesen kann es gibt ja auch tausende und schön sagen alles leute lasst ein like und ein abo da ihr seid die beste bringt mich schon zu ihr dieses jahr tausende abo denken wenn ich nicht schaffe denke ich oder sieben und hat man sich lassen verleiter ich küsse euer herz weil wir haben sogar über zehn minuten gestreckt über acht minuten ja man ok leute bei hatte tschüss pisa uro leute